Dank euch beiden. Ohne euch wär's um mich geschehen gewesen. Du solltest ihm danken. Ohne ihn hätten wir den Wuppe-Tinger-Bedinger niemals heraufbeschworen können. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Ich bin nur froh, dass wir sie da rausholen könnten, bevor sie ernsthaft verletzt werden. Für allem, wer du jetzt beim nächsten Projekt von Stockenhexenflex mitarbeiten kannst. Ja, nun gut. Oh, au, au, ich glaube, die Trulle habe mir eine Rippe gebrochen. Das sollte ich sofort versorgen lassen. Ach, du Arbe, geh zu den Heilern. Bevor du noch unheimlich wärst. Like how he's super injured and all painful and feeling weak and he just runs away. We don't even help him with it or nothing. Don't give him a potion, don't give him food. Nothing. Right? Für einen Mann mit einer gebrochenen Rippe läuft der ganz schön schnell. No, exactly. That's what I was just saying. He runs away very quickly for being a broken man. Jeepers.